Hallo! Ja, ich bin's. Ich bin auf einer anderen Welt. Er war's nicht wichtig. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass... nächste Woche... die geht vom 12. bis zum 18. keine Videos rauskommen, weil ich nämlich gar nicht da bin. Ja, ich bin nicht da. Ich bin nämlich auf... Ich bin nämlich in England. Ja, in England. Die Queen mal begrüßen. Die hab ich nämlich eingeladen zum Tee. Und da muss man ja auch mal hinkommen, ne? Gut. Also, damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich, äh... Wann ich, äh... Wann ich, äh, wieder zurückkomme. Aber... Wenn ich, sagen wir mal, am... Oh! Wenn ich am... Samstag oder Sonntag zurückkomme, wir auf jeden Fall Videos hochladen. Also, nur so als kleine... Botschaft, sag ich jetzt mal. Bitte, hier. Keiner drohen. Egal, ähm... Also, wisst ihr Bescheid. Die Woche vom... 12. bis 18. kommen keine Videos raus. Außer Play am Sonntag. Ich weiß nicht genau, wann wir wieder zurückkommen. Ja. Und wenn ihr die Grundnummer gerne hören wollt, ja. Ich musste mit der Queen Tee trinken. Der hat mich nämlich eingeladen. Da hab ich dann gesagt, komm... Die Queen ist ja eine etwas ältere Dame. Die kann man ja sitzen lassen. Und da hab ich gesagt, komm... Okay. Da komm ich eben zum Tee. Ja. Jetzt würde ich die Aufnahme gerne werden. Mit diesem schönen Sonnenuntergang. Von meinen Trönchen aus. Und, ja. Wenn's nachts ist, mach ich aus. Und, äh... Jetzt wisst ihr alles Bescheid. Gut. Sonst wär's auch wieder. Oh. Schon weg. Also... Bis... Dann.